Tom Sawyer, der Seeräuber von Mark Twain Toms Entschluss war gefasst. Er war finster und verzweifelt. »Ich bin ein armer, verlassener, freundloser Junge«, sagte er sich. »Niemand hat mich lieb. Erst wenn Sie wissen werden, wozu Sie mich getrieben haben, werden Sie es bereuen. Ich habe versucht, das Rechte zu tun und weiterzukommen, aber Sie haben mich nicht gelassen. Da Ihnen nichts anderes mehr helfen kann, als mich loszuwerden, mag es geschehen. Mögen Sie mich auch dann noch für die Folgen verantwortlich machen, warum nicht? Welch ein Recht hat ein freundloser Mensch wie ich dazu, sich zu beklagen. Ja, Sie haben mich glücklich so weit gebracht. Ich werde ein Verbrecherleben führen. Ich habe keine andere Wahl mehr.« Er war mittlerweile tieffeldeinwärts gekommen und die Glocke, die zum Schulbeginn läutete, klang nur noch matt in sein Ohr. Er schluchzte auf bei dem Gedanken, dass er nun nie, nie wieder den alten, vertrauten Ton hören sollte. Es war schon hart, aber man zwang ihn ja dazu. Da er in die kalte Welt hinausgetrieben wurde, musste er auch das auf sich nehmen. Aber er verzieh ihn. Seine Seufzer wurden immer schwerer und rascher. In diesem Augenblick traf er seines Herzens verschworenen Freund Joe Harper düsteren Blickes und ersichtlich einen ebenso großen wie schrecklichen Plan in der Brust wälzend. Ganz offenkundig begegneten sich hier zwei Seelen und ein Gedanke. Tom wischte sich die Augen mit dem Ärmel und blubberte allerlei über seinen Entschluss, der harten Behandlung und dem Mangel an Verständnis zu Hause zu entrinnen und in die weite Welt zu ziehen, um nie wieder heimzukehren. Er schloss mit der herzlichen Bitte, dass Joe ihn nicht vergessen möchte. Aber es stellte sich heraus, dass das gerade die Bitte war, die Joe an Tom hatte richten wollen und dass er ihn um eines ganz ähnlichen Planes willen aufgespürt hatte. Seine Mutter hatte ihn geprügelt, weil er Sahne genascht haben sollte, Sahne, von der er überhaupt nichts gewusst hätte und der er überhaupt nicht über die Lippen brächte. Augenscheinlich hatte seine Mutter genug von ihm und wollte ihn loswerden. Wenn sie nun schon so fühlte, dann war es doch wirklich das Beste, sich gleich ihrem Wunsche zu fügen. Er wollte nur hoffen, dass sie jetzt glücklich würde und niemals bereute, ihren armen Jungen in die fühllose Welt hinausgetrieben zu haben, wo er leiden und schließlich einsam sterben würde. Während die beiden Jungen so trauernd ihres Weges zogen, schlossen sie einen Pakt, stets fest zueinander zu stehen wie zwei Brüder und sich niemals voneinander zu trennen, es sei denn, dass sie der Tod von ihren Leiden befreite. Darauf entwickelten sie ihre Pläne. Joe war dafür, Einsiedler zu werden, in irgendeiner fernen Höhle von harten Rinden zu leben und dereinst vor Mangel, Kummer und Kälte zu sterben. Nachdem er aber Tom angehört hatte, gab er zu, dass in einem Verbrecherleben ganz augenfällige Vorteile lägen und willigte ein, Seeräuber zu werden. Etwa drei Meilen unterhalb von St. Petersburg, dort wo der Mississippi gut eine Meile breit ist, lag eine schmale, lange, bewaldete Insel mit einer vorgelagerten Sandbank, die sich ganz vorzüglich als Sammelplatz eignete. Die Insel war unbewohnt und lag stark dem anderen Ufer zu, einem dichten, ebenfalls völlig unbewohnten Walde gegenüber. Die Jackson-Insel wurde also gewählt. Was die Gegenstände ihrer Seeräuberei sein sollten, war ihnen noch nicht recht aufgegangen. Zunächst stöberten sie Huckleberry Finn auf, der sich ihnen natürlich anschloss, denn ihm galt jede Laufbahn gleich. Dann trennten sie sich, um sich zu günstigerer Stunde, selbstverständlich um Mitternacht, an einer einsamen Stelle am Flussufer zwei Meilen oberhalb des Ortes wiederzutreffen. Dort lag nämlich ein kleines Floß, das sie zunächst zu kapern gedachten. Jeder sollte Angelrute und Haken mitbringen, dazu einigen Proviant, der so geheimnisvoll gestohlen werden sollte, wie es sich eben für solch Ausgestoßene der menschlichen Gesellschaft geziemte. Noch ehe der Nachmittag um war, hatten sie alles erledigt und konnten sich der süßen Seligkeit hingeben, die im Aussprengen des Gerüchts bestand, dass das Städtchen bald etwas zu hören bekommen würde. Wer einen mehr oder weniger bestimmten Wink erhielt, wurde strengstens ermahnt, reinen Mund zu halten und abzuwarten. Um Mitternacht erschien Tom mit einem gekochten Schinken und ein paar Kleinigkeiten in dem dichten Unterholz auf dem schmalen Uferhang über dem verabredeten Treffpunkt. Die Sterne standen leuchtend am Himmel und die Welt lag in tiefer Ruhe. Der riesige Fluss lag ruhig wie ein Meer. Tom horchte einen Augenblick, aber kein Laut störte das Schweigen. Dann tat er einen leisen, aber deutlichen Pfiff. Unten, vom Hang her, kam die Antwort. Er pfiff noch zweimal. Die Signale wurden in gleicher Weise beantwortet. Darauf fragte eine verhaltene Stimme, Wer kommt? Tom Sawyer, der schwarze Rächer der spanischen Macht, nennt eure Namen. Huck Finn mit der roten Hand und Joe Harper, der Schrecken der Meere. Diese Beinamen hatte Tom aus seinen Lieblingsbüchern geliefert. Es ist gut. Gebt die Losung. Zwei heisere Flüsterstimmen gaben der brütenden Nacht gleichzeitig das grausige Wort preis. Blut. Nun warf Tom seinen Schinken den Felshang hinab und ließ sich dann selbst hinunter, wobei er sich Haut und Anzug nicht wenig zerriss. Es gab zwar einen viel bequemeren Weg unter den Felsen am Ufer entlang, aber ihm mangelte gerade der für einen Seeräuber so schätzenswerte Vorzug der lebensgefährlichen Ungangbarkeit. Der Schrecken der Meere hatte eine Speckseite mitgebracht und war unter ihrer Last fast völlig erschöpft angelangt. Finn mit der roten Hand hatte einen Kochtopf und einen Haufen halbtrockener Tabakblätter gestohlen. Außerdem hatte er ein paar Maiskolben mitgebracht, um Pfeifen daraus zu machen, aber keiner der Seeräuber rauchte oder kaute außer ihm. Der schwarze Rächer der spanischen Macht meinte, man könne unmöglich ohne ein Feuer losfahren. Das war ein kluger Gedanke. Aber Streichhölzer waren in jenen Tagen kaum bekannt. Sie sahen ein paar hundert Meter flussaufwärts auf einem großen Floß ein Feuer glimmen, gingen heimlich hin und holten sich jeder einen Scheid. Diese Angelegenheit wurde für sie bereits zu einem ganz bedeutsamen Abenteuer. Alle Nase lang blieben sie, den Finger auf den Lippen stehen und machten Psst! fassten nach den nicht vorhandenen Dolchgriffen und gaben in dumpfem Flüsterton immer erneut den Befehl, den Feind jede Bewegung mit dem Messer auskosten zu lassen, denn tote reden nicht mehr. Dabei wussten sie nur zu gut, dass die Flößer sämtlich unten im Ort in den Kneipen waren oder sich sonst amüsierten. Aber das war schließlich kein Grund für sie, die Angelegenheit weniger streng, Seeräuber-mäßig durchzuführen. Ein wenig später stießen sie ab. Tom als Kommandant, Huck am hinteren, Joe am vorderen Ruder. Tom stand mit düsterer Stirn, die Arme verschränkt, mit Schiffs und gab in leisem, aber strengem Flüsterton seine Befehle. Lufen! Geht vor den Wind! Wohl, wohl, Herr! Steht! Steht! Steht, Herr! Einen Strich dreht bei! Gedreht, Herr! Während die Jungen das Floß so gleichmäßigen und eintönigen Schlages der Strommitte zusteuerten, bestand auch nicht der leiseste Zweifel unter ihnen, dass diese ganzen Befehle lediglich um des Stiles Willen gegeben wurden und dass ihnen weiter keine Bedeutung zuzumessen war. Was für Segel sind gesetzt? Hauptsegel, Käpt'n! Top- und Außenklüver! Setzt Oberbrahmsegel! Hoch damit! Los! Sechs Mann an die Vormarssegel! Lebhaft, lebhaft! Wohl, wohl, Herr! Großbrahmsegel eingeholt! Schoten und Brassen! Los, Herzensjungen! Wohl, wohl, Herr! Ruder in Lee! Hart Backbord! Achtung, sie kommen! Backbord, Backbord! Los, Leute! Zeigt, was ihr könnt! Steht! Steht, Herr! Jetzt trieb das Floß bereits in die jenseitige Strömung. Die Jungen brauchten nur seiner Spitze Richtung zu geben und konnten die Ruder einziehen. Das Wasser war nicht sonderlich hoch und hatte nicht mehr als zwei, drei Meilen Stunden Geschwindigkeit. Während der nächsten Dreiviertelstunde wurde kaum ein Wort gesprochen. Das Floß passierte das ferne Städtchen. Zwei, drei Lichter wiesen die Stelle, wo es in friedlichem Schlummer lag, jenseits der weiten, in den Stern flimmernden Wasserwüste, nichts ahnend von dem furchtbaren Ereignis, das ihm bevorstand. Der schwarze Rächer stand noch immer stumm mit verschränkten Armen und warf einen letzten Blick auf die Städte seiner ehemaligen Freuden und der einstigen Leiden. Er hatte nur den einen Wunsch, sie möge ihn so sehen, fern auf wilder See, furchtlos tot und verderben trotzend, mit grimmem Lächeln seinem Verhängnis entgegensteuernd. Seine Einbildungskraft bedurfte keiner besonderen Anstrengung, die Jackson-Insel außer Sichtweite des Ortes zu versetzen, und so konnte er denn auch seinen letzten Blick auf ihn werfen, mit gebrochenem, aber zufriedenem Herzen. Die anderen Seeräuber warfen auch ihren letzten Blick auf den Ort, und zwar so ausgiebig, dass sie sich beinahe von der Strömung aus dem Bereich der Insel treiben ließen. Aber sie entdeckten die Gefahr noch bei Zeiten und konnten sie, wenn auch mit viel Mühe, abwenden. Etwa um zwei Uhr nachts fuhr das Floß 200 Meilen oberhalb der Inselspitze auf der Sandbank auf, und sie warteten hin und her, um ihre Ladung zu löschen. Zum Zubehör des Floßes gehörte auch ein altes Segel. Sie spannten es als Zeltdach über einen versteckten Platz im Gebüsch, um so ihre Vorräte gegen das Wetter zu schützen. Sie selber wollten im Freien schlafen, wie es sich für richtige Seeräuber nun einmal gehört. Dreißig bis vierzig Schritt, also in des Waldes dunkelster Tiefe, machten sie sich neben einem Baumstumpf ein Feuer an, brieten sich zum Abendbrot etwas Speck in einem Tiegel und verbrauchten die gute Hälfte von ihrem mitgebrachten Maisvorrat. Köstlich, deuchte sie, dies freie, wilde Schlemmerleben mitten im unberührten Forst einer noch unerforschten, unbewohnten Insel, fern von jeder menschlichen Stätte. Und sie schworen sich, niemals wieder in die zivilisierte Welt zurückzukehren. Das auflackernde Lagerfeuer erhellte ihre Gesichter und übergoss mit seinem rötlichen Schein die Säulenstämme in dem Waldtempel, das blanke Blattwerk und die Rankengewinde. Als die letzte knusprige Scheibe Speck verschwunden und die letzte Ration Maiskorn verzehrt war, streckten sich die Jungen befriedigt im Grase aus. Sie hätten sich zwar ein kühleres Plätzchen wählen können, aber sie wollten sich nun einmal eine so romantische Sache wie die Glut eines Lagerfeuers nicht versagen. Ist es nicht fein? fragte Joe. Großartig ist es, erklärte Tom. Was würden wohl die anderen sagen, wenn sie uns hier sehen könnten? Sagen? Sie würden für ihr Leben gern dabei sein. Was, Huck? Ich möcht's meinen, sagte Huckleberry. Mir gefällt's jedenfalls. Mehr will ich gar nicht. Mehrstens kriege ich nicht satt zu essen, aber hier können sie nicht herkommen und mich hauen. Das ist das richtige Leben für mich, meinte Tom. Morgens nicht aufstehen, nicht in die Schule müssen, keine Wäscherei und all so einen verdammten Blödsinn. Siehst du, Joe? Ein Seeräuber braucht gar nichts zu tun, wenn er an Land ist, aber so ein Einsiedler muss ewig beten und hat gar nicht ein bisschen Spaß so ganz alleine. Das stimmt, sagte Joe. Ich hatte's eben nicht so genau überlegt, weißt du? Jetzt bin ich auch viel lieber Seeräuber, wo ich's mal probiert habe. Siehst du, sagte Tom, und die Leute geben auch nicht viel mehr auf einen Einsiedler. Es ist nicht mehr wie früher. Aber ein Seeräuber ist immer geachtet. Und dann, weißt du, ein Einsiedler muss immer auf dem härtesten Boden schlafen, den er finden kann und muss in Sack und Asche gehen und im Regen draußen stehen und... Wozu braucht er denn Sack und Asche? fragte Hack. Weiß ich nicht. Er muss es eben. Einsiedler machen das nun mal so. Wenn du ein Einsiedler wärst, müsstest du's auch. Ich denk nicht dran, erklärte Hack. Na, was würdest du denn tun? Wiss nicht, aber das sicher nicht. Aber du müsstest eben, Hack. Wie willst du denn drum rumkommen? Nee, das hielt dich nicht aus. Weglaufen tätig. Weglaufen? Ein hübscher Schlappsack von einem Einsiedler wärst du da? Eine richtige Schande für den ganzen Stand. Die Rothand gab keine Antwort weiter, denn sie hatte Besseres zu tun. Hack hatte nämlich gerade einen Maiskolben fertig ausgehöhlt, passte einen Binsenstängel ein, stopfte die Pfeife mit Tabak voll, tat ein Stück Kohle drauf und blies eine Wolke duftenden Rauches von sich. Eine Luft sattesten Wohlbehagens umfing ihn. Die anderen Seeräuber beneideten ihn um sein Laster und beschlossen bei sich, es binnen Kurzem ebenfalls anzunehmen. Was haben denn Seeräuber eigentlich zu tun? fragte Hack. Ach, meinte Tom, sie haben einen ganz famosen Zeitvertreib. Sie müssen Schiffe kapern und niederbrennen, das Geld nehmen und es auf ihrer Insel an ganz gruseligen Stellen eingraben, wo es Geister gibt und solche Wesen, die es dann bewachen. Und dann müssen sie die Besatzung töten, Mann für Mann muss über die Planke gehen und ausrutschen und ins Meer stürzen. Die Weiber tragen sie aber auf ihre Insel, ergänzte Joe. Sie töten keine Frauen? Nie, pflichtete Tom bei. Sie töten keine Frauen. Dazu sind sie zu edel. Und die Frauen sind auch immer zu schön. Und was sie für wunderbare Kleider anhaben. Ach, fein, lauter Gold und Silber und Edelsteine, sagte Joe in voller Begeisterung. Wer? fragte Hack. Na, die Seeräuber. Hack versank in die Betrachtung seines Anzugs. Denn bin ich sicher nicht richtig angezogen für einen Seeräuber, sagte er, und seine Stimme klang tief traurig. Ich hab nichts anderes als das. Aber die anderen trösteten ihn damit, dass sich die schönen Kleider sehr rasch finden würden, wenn sie erst ihre Abenteuer begonnen hätten. Sie gaben ihm zu verstehen, dass seine armseligen Lumpen für den Anfang genug wären, wenn es auch für wohlhabende Seeräuber herkömmlicher wäre, gleich mit einer entsprechenden Ausrüstung loszuziehen. Allmählich erstarb die Unterhaltung und Müdigkeit senkte sich auf die Lider der kleinen Vagabunden. Die Pfeife glitt der Rothand aus den Fingern und er schlief den Schlaf des Gerechten und des Müden. Der Schrecken der Meere und der Rächer der spanischen Macht hatten größere Schwierigkeiten einzuschlafen. Sie sprachen ihr Gebet still für sich und blieben dabei liegen, denn es war ja keine Autorität da, die sie hätte knien und es laut Aufsagen heißen. Eigentlich hatten sie die Absicht gehabt, überhaupt nicht zu beten, aber sie fürchteten sich doch, gleich so weit zu gehen, um nicht sofort ein himmlisches Donnerwetter auf ihre Häupte herabzurufen. Als sie schon dicht am Rand des Schlafes schwebten, erhob sich ein Störenfried, der sich nicht ducken lassen wollte. Das Gewissen. Es beschlich sie ein unnennbares Angstgefühl, dass es vielleicht doch Unrecht von ihnen gewesen wäre, so davonzulaufen. Aber erst als sie wieder an das gestohlene Fleisch dachten, begann die eigentliche Seelenqual. Sie bemühten sich, diese Tatsache wegzuargumentieren, indem sie ihr Gewissen daran erinnerten, dass sie doch schon oft Süßigkeiten oder Äpfel entwendet hätten. Aber das Gewissen ließ sich durch solch fadenscheinige Gründe nicht beschwichtigen. So sollten sie denn letzten Endes wohl nicht über die harte Tatsache hinwegkommen, dass Süßigkeiten nehmen nur Mopsen war, während es bei Speck, Schinken und derartigen Wertgegenständen einen klaren, glatten Diebstahl bedeutete. Und darüber gab es ein Gebot in der Bibel. Sie beschlossen füglich im Stillen, niemals wieder, solange sie dies Gewerbe betrieben, ihre Seeräuberzüge durch das Verbrechen des gemeinen Diebstahls zu beflecken. Da erst bot ihnen das Gewissen einen Waffenstillstand, und die so seltsamen, widerspruchsvollen Seeräuber sanken in friedlichen Schlummer. Als Tom am nächsten Morgen aufwachte, wusste er zunächst nicht, wo er war. Er setzte sich hoch, rieb sich die Augen, sah sich um und begriff. Es war kühle, es war kühle, graue Dämmerung, und es lag ein köstliches Gefühl von Ruhe und Frieden in der eindringlichen Stille und dem tiefen Schweigen des Waldes. Kein Blättchen regte sich, kein Laut störte die Beschaulichkeit der großen Natur. Taubperlen hingen an Laub und Gräsern. Eine weiße Aschenschicht deckte das Feuer, von dem nur noch ein dünner, blauer Rauch steil emporstieg. Joe und Huck schliefen noch. Da rief ein Vogel tief im Walde, ein anderer antwortete. Das Hämmern eines Spechts wurde laut. Allmählich lichtete sich das matte Dämmergrau, und ebenso allmählich mehrten sich die Stimmen des erwachenden Lebens. Das Wunder der Natur, die den Schlaf abschüttelt und an ihr Tagwerk geht, breitete sich in dem sinnenden Knaben aus. Eine kleine grüne Raupe kam über ein tauiges Blatt gekrochen, reckte hin und wieder drei Viertel ihres Leibes in die Luft, fühlte rund umher und bewegte sich wieder vorwärts. Sie nimmt Maß, dachte Tom, und wie sie so völlig selbstverständlich auf ihn zukam, hielt er sich ganz mucksmäuschenstill. Seine Hoffnung wuchs, wenn sie sich ihm näherte und fiel, sobald sie sich abzuwenden schien. Es war ein banger Augenblick für ihn, als sie, den Leib hoch emporgewölbt, sich bedachte, ehe sie sich kurz entschlossen doch auf seinem Bein niederließ und ihre Reise über ihn hin begann. Da jubelte er aus vollem Herzen, denn es bedeutete ja, dass er einen neuen Anzug bekommen würde. Er zweifelte nicht im geringsten daran, dass es eine prächtige Seeräuberuniform sein würde. Eigentlich von nirgendwo her erschien ein Trupp Ameisen und begab sich an seine Arbeit. Die eine zerrte eine wohl fünfmal größere Spinnenleiche und buxierte sie mannhaft einen Baumstumpf hinan. Ein braun gesprenkeltes Marienkäferchen erkletterte die schwindelnde Höhe eines Grashalms und Tom bückte sich ganz dicht zu ihm herab und summte »Mei, Käfer, flieg!« »Dein Vater ist im Krieg!« »Deine Mutter ist in Pomerland!« »Pomerland ist abgebrannt!« »Mei, Käfer, flieg!« »Mei, Käfer, flieg!« und hatte schon mehr als einmal ihre Einfalt auf die Probe gestellt. Als nächster kam ein Mistkäfer, der mühselig seinen Ball vor sich hinschob. Tom berührte das Tierchen nur, um zu sehen, wie es die Beinchen fest an den Leib heranzog und sich totstellte. Mittlerweile spektakelten die Vögel. Eine Spottdrossel hatte sich Tom zu Häupten auf einem Baum niedergelassen und ahmte begeistert die Stimmen ihrer Nachbarn nach. Ein Heer schoss kreischend herab wie ein blauer Blitz und setzte sich in Reichweite des Jungen auf einen Zweig, stellte das Köpfchen schief und beäugte die Fremden mit verzehrender Neugier. Ein graues Eichhörnchen und mit ihm ein anderer dicker Gesell aus der Familie der Nager huschte heran, hockten auf, bestaunten die Jungen und schwatzten auf sie ein, denn die wilden Dinge hatten anscheinend noch nie ein menschliches Wesen zu Gesicht bekommen und waren sich durchaus nicht klar darüber, ob sie sich fürchten sollten oder nicht. Die ganze Natur war jetzt erwacht und rührte sich. Breite Sonnensträhnen drangen durch das dichte Laubwerk und eine ganze Scharschmetterlinge flatterte auf und nieder. Tom weckte die anderen Seeräuber und sie tobten mit einem Freudengeheul los. Binnen zwei Minuten waren die Kleider abgeworfen und sie tummelten sich, einer den anderen jagend, einer über den anderen purzelnd, in dem seichten, klaren Wasser an der weißen Sandbank. Sie hatten nicht die geringste Sehnsucht nach der heimatlichen Stadt, die weit jenseits der majestätischen Wasserfläche noch in tiefstem Schlummer lag. Eine verirrte Woge, vielleicht auch ein leichtes Steigen des Stromes, hatte das Floß entführt. Aber das erfüllte sie nur mit umso größerer Befriedigung, denn dieser Verlust brannte gleichsam die Brücken zwischen ihnen und der zivilisierten Welt nieder. Herrlich erfrischt, frohen Herzens und heißhungrig kehrten sie zum Lager zurück. Das Feuer war bald wieder angefacht. Huck entdeckte ganz in der Nähe eine klare, kalte Quelle. Sie machten sich Becher aus breiten Eichen oder Walnussblättern und fanden, dass Wasser, versüßt durch den Reiz der Waldwildnis, ein reichlicher Ersatz für den Morgenkaffee war. Joe schnitt bereits Speck für das Frühstück, aber Tom und Huck erklärten, er solle noch ein bisschen damit warten. Sie liefen zu einer vorspringenden Uferecke, warfen ihre Angel aus und hatten fast im gleichen Augenblick ihren Fang. Joe hatte nicht einmal Zeit gehabt, ungeduldig zu werden, so schnell waren die beiden mit einem herrlichen Großen und ein paar kleineren Barschen und einem Wels zurück. Eine Portion, die für eine ganze Familie ausgereicht hätte. Sie berieten den Fisch mit Speck und wunderten sich, dass ihnen noch nie ein Fischgericht so köstlich gemundet hatte. Sie wussten eben noch nicht, dass ein Süßwasserfisch umso besser schmeckt, je rascher er in die Pfanne kommt. Außerdem bedachten sie nicht, welche Würze das Schlafen und die Bewegung in frischer Luft, das Bad und nicht zuletzt ein kräftiger Hunger bedeuteten. Nach dem Frühstück lagen sie im Schatten herum, während Hack sein Pfeifchen rauchte. Dann zogen sie auf Kundschaft durch den Wald. Sie streuchten fröhlich voran über faule Baumstämme, durch dichtes Gestrüpp, zu Füßen der königlichen Riesen des Forstes, die von der Krone bis zur Wurzel behangen waren mit dem Herrscherschmuck der wilden Reben. Hin und wieder trafen sie ein verstecktes Plätzchen mit einem dicken Grasteppich, auf dem die Blumen wie Edelsteine blinkten. Sie fanden eine Menge Dinge, die sie entzückten, aber nichts, was sie irgendwie bestürzt hätte. Sie machten die Entdeckung, dass die Insel an die drei Meilen lang und wohl eine Viertelmeile breit war und dass sie von dem ihr zunächst liegenden Ufer durch einen schmalen, kaum 200 Meter breiten Kanal getrennt war. Fast alle Stunde schwammen sie ein Weilchen und es war so ziemlich der halbe Nachmittag vorüber, als sie zum Lager zurückkehrten. Sie waren zu hungrig, um erst noch zu fischen, machten sich also über den kalten Schinken her, warfen sich in den Schatten und schwatzten. Aber sehr bald wurde die Unterhaltung schleppend und versandete. Die Stille, die Feierlichkeit des Waldes fingen an, auf das Gemüt der Jungen zu wirken. Sie hingen ihren Gedanken nach. Eine unbestimmbare Sehnsucht beschlich sie und nahm bald festere Gestalt an. Es war das aufkeimende Heimweh. Selbst Finn mit der roten Hand träumte von Türschwellen und leeren Weinfässern. Aber jeder von ihnen schämte sich seiner Schwäche und keiner fand den Mut, seine Gedanken auszusprechen. Bereits eine ganze Weile lang hatten sie in der Ferne einen eigentümlichen Laut, ähnlich dem Tic-Tac einer Uhr gehört, sich aber keine klare Rechenschaft über seine Herkunft abgelegt. Aber jetzt wurde der geheimnisvolle Laut immer deutlicher und erzwang sich Beachtung. Die Knaben schreckten hoch, sahen einander an und setzten sich horchend auf. Ein langes, tiefes, durch nichts unterbrochenes Schweigen folgte. Dann tönte ein dumpfgrollendes Bumm-Bumm aus der Ferne herüber. Was ist das? rief Joe mit verhaltenem Atem. Das möchte ich auch wissen, flüsterte Tom. Donner ist es nicht, meinte Huckleberry mit ehrfurchtsvoller Stimme. Wenn's donnert, horch doch, sagte Tom. Hör doch hin und sei stille. Sie warteten ein Weilchen und es erschien ihnen wie eine Ewigkeit. Und wieder störte das gleiche gedämpfte Bumm-Bumm die feierliche Stille. Wir wollen doch mal sehen. Sie sprangen auf die Beine und eilten in der Richtung des Städtchens zum Ufer. Sie bogen das Strauchwerk zurück und spähten über das Wasser. Ungefähr eine Meile oberhalb des Ortes trieb eine kleine Dampffähre mitten im Strom. Ihr breites Deck schien übersät mit Menschen. Eine Menge kleiner Fahrzeuge ruderte um sie herum oder ließ sich von der Strömung treiben. Aber die Knaben konnten nicht feststellen, was die Leute darauf eigentlich taten. Doch plötzlich brach ein gewaltiger Strahl weißen Dampfes aus dem Fährboot hervor, breitete sich aus, stieg in einer schwerfälligen Wolke empor und abermals wurde der dumpfe Schlag den Lauschern zugetragen. Jetzt weiß ich's, rief Tom. Es ist wer ertrunken. Richtig, sagte Huck. Vorigen Sommer, wie Bill Turner ertrunken ist, haben sie's genau so gemacht, denn dadurch kommt man wieder hoch. Sie nehmen auch Brote und tun Quecksilber rein und lassen sie schwimmen und wo er ertrunken ist, da schwimmen sie hin und bleiben stehen. Das hab ich auch schon gehört, sagte Joe. Wenn ich bloß wüsste, wie das Brot das machen kann. Ach, das Brot allein kann's sicher nicht, sagte Tom. Es wird wohl drauf ankommen, wie sie's besprechen, ehe sie's losschwimmen lassen, denke ich mir. Nee, sie besprechen's nicht, erklärte Huck. Ich hab doch gesehen, dass sie's nicht tun. Komisch, sagte Tom. Na, vielleicht tun sie's nur leise bei sich. Selbstverständlich, das weiß doch ein jedes Kind. Die beiden anderen mussten zugeben, dass daran etwas war. Man konnte doch nicht gut von einem unwissenden Klumpen Brot verlangen, dass es sich ohne vorherige Unterweisung durch einen Zauberspruch bei der Erledigung eines so wichtigen Auftrages besonders gescheit benähme. Herrgott, ich wollt, ich wär jetzt da drüben, sagte Joe. Ich auch, sagte Huck. Ich gäb was drum, wenn ich wüsste, wer's ist. Die Knaben lauschten weiter und beobachteten. Plötzlich durchfuhr es Tom wie eine Erleuchtung. Kinder, rief er, ich weiß, wer ertrunken ist. Wir. Sogleich fühlten sie sich als Helden. Welch glorreicher Ruhm. Sie wurden vermisst. Sie wurden betrauert. Herzen brachen um ihret Willen. Tränen wurden vergossen. Erinnerungen an die schlechte Behandlung der armen Jungen erhoben sich mit bitterer Anklage. Man gab sich der Reue und sinnlosem Bedauern hin. Und dann die Hauptsache. Die Dahingeschiedenen waren das Tagesgespräch der ganzen Stadt und ein Gegenstand des Neids für alle Jungen, so weit nur ihre strahlende Berühmtheit reichte. Wie herrlich! Es war doch schön, Seeräuber zu sein. Als die Dämmerung hereinbrach, nahm die Fähre wieder ihren gewöhnlichen Dienst auf und die Boote verschwanden. Die Seeräuber kehrten zum Lager zurück. Sie schwammen in Eitelkeit über ihre neue Größe und über die wunderbare Unruhe, die sie verursachten. Sie fingen Fische, machten sich ihr Abendbrot, aßen und beschäftigten sich damit zu raten, was man wohl jetzt im Städtchen von ihnen sagen und denken mochte. Die Bilder, die sie sich von der öffentlichen Unruhe um ihretwillen ausmalten, fielen, so wie sie die Sache ansahen, äußerst befriedigend aus. Als die Schatten der Nacht sie umfingen, hörten sie langsam aufzureden und starrten ins Feuer. Ihre Gedanken gingen auf Wanderschaft. Die Begeisterung war verflogen und Tom wie Joe konnten sich des Gefühls nicht erwehren, dass gewisse Leute zu Hause den großartigen Spaß nicht so genossen wie sie. Es stiegen ihnen doch Besorgnisse auf. Sie wurden verstört und missmutig und ganz unbewusst entschlüpfte ihnen ein Seufzer. Nach einem Weilchen wagte Joe schüchtern und nicht ohne Umwege einen Fühler auszustrecken, wie die beiden anderen wohl über eine Rückkehr in die Zivilisation dächten. Nicht gerade sofort, aber doch. Tom tat ihn mit einem hohen Gelächter ab. Huck, der sich bisher überhaupt noch nicht losgestellt hatte, trat Tom zur Seite. Der schon wieder schwankend gewordene Joe gab rasch eine entsprechende Erklärung ab und war heilfroh, dass er sich nach diesem kleinen Anflug hasenfüßigen Heimwehs so leicht aus der Affäre ziehen konnte. Die Meuterei war also für den Augenblick unterdrückt. Als die Nacht tiefer herabsank, nickte Huck ein und fing bald darauf an zu schnarchen. Joe folgte seinem Beispiel. Tom lag eine Weile ohne sich zu rühren auf die Ellbogen gestützt und beobachtete die beiden scharf. Schließlich hob er sich vorsichtig auf die Knie und suchte im Flackerlicht des Lagerfeuers das Gras ab. Er hob ein paar große gebogene Stücke weißer Ahornrinde auf, prüfte sie und entschloss sich dann für die zwei, die seinem Zweck anscheinend am besten entsprachen. Darauf kniete er sich zum Feuer und beschrieb nicht ohne Mühe jedes von beiden mit seiner roten Kreide. Das eine rollte er zusammen und steckte es in seine Rocktasche. Das andere tat er in Joe's Hut, den er ein wenig von seinem Besitzer wegschob. Außerdem tat er noch ein paar Schuljungen-Schätze von nahezu unschätzbarem Wert mit in den Hut. Ein Stückchen Kreide, einen Gummiball, drei Angelhaken und eine Murmel aus ziemlich echtem Kristall. Dann machte er sich auf Zehenspitzen auf den Weg unter den Bäumen hin, bis er sich außer Hörweite wusste und lief dann in scharfem Trab der Sandbank zu. Wenige Minuten später wartete Tom durch die Untiefe vor der Sandbank dem Ufer zu. Das Wasser reichte ihm noch nicht bis zur Brust und doch war er schon den halben Weg hinüber. Dann gestattete die Strömung kein Warten mehr und so schickte er sich vertrauensvoll an, die letzten 100 Meter zu durchschwimmen. Er schwamm zwar stromaufwärts, wurde aber, wie der Erwarten rasch abwärts gespült. Immerhin erreichte er glücklich das Ufer und ließ sich bis zu einer flachen Stelle treiben, an der er landen konnte. Er fasste sofort mit der Hand in die Rocktasche. Sein Stück Rinde war sicher. Nun strich er mit triefenden Kleidern durch den Wald immer am Ufer entlang. Kurz vor zehn kam er auf eine Lichtung, gerade gegenüber von dem Städtchen, von wo aus er die Fähre im Schatten der Bäume und der Uferhöhlen liegen sah. Tiefe Stille herrschte unter dem funkelnden Sternenhimmel. Er kroch das Ufer hinab, eugte angespannt umher, ließ sich ins Wasser gleiten, schwamm drei, vier Stöße und kletterte in das Boot, das am Heck der Fähre festgemacht war. Er legte sich keuchend unter die Ruderbank und wartete ab. Es dauerte auch nicht lange, da schlug die brüchige Schiffsglocke an und eine Stimme gab Befehl loszuwerfen. Ein, zwei Minuten stellte sich das Boot hoch gegen das Kiel Wasser. Die Reise hatte begonnen. Tom war glücklich über seinen Erfolg, denn er wusste nur zu gut, dass es in dieser Nacht die letzte Tour der Fähre war. Nach einer endlos scheinenden Viertelstunde standen die Räder still. Tom glitt über Bord, schwamm im Dunkeln ans Ufer und landete, um nicht etwaigen Nachtzüglern in die Arme zu laufen, wohl fünfzig Meter weiter stromabwärts. Er eilte eine wenig begangene Seitenstraße entlang und befand sich sehr bald am Hinterzaun vom Haus seiner Tante. Er kletterte darüber, näherte sich dem Haus und lugte durchs Fenster ins David, Mary und Joe Happers Mutter saßen zusammen im Gespräch. Sie befanden sich beim Bett und das Bett stand zwischen ihnen und der Tür. Tom ging zur Tür, hob leise die Klinke und rückte vorsichtig dagegen. Eine gute Handbreit tat sie sich auf. Tom bemühte sich, sie behutsam weiter aufzuschieben, fuhr aber jedes Mal erschreckt zusammen, wenn sie knarrte. Schließlich hielt er den Zeitpunkt für gekommen, sich auf den Knien durch zu quetschen. Mit aller Vorsicht zwängte er den Kopf durch. Was flackert bloß die Kerze so? fragte Tante Polly. Tom beeilte sich. Die Tür muss auf sein. Tatsächlich sie ist auf. Lauter seltsame Dinge passieren doch heute. Geh, mach sie zu, Sid. Tom konnte gerade noch zur rechten Zeit unter dem Bett verschwinden. Dort lag er nun und versuchte wieder zu Atem zu kommen. Dann kroch er so nah an die Tante heran, dass er ihre Füße hätte berühren können. Ja, was ich sagen wollte, meinte Tante Polly, schlecht war er nicht, nur sozusagen ein Tunicht gut, ein Hans Dampf, ein Wildfang, wissen sie? Er hatte nicht mehr Verantwortlichkeit als ein Füllen, er hat nie wirklich böse gemeint und zu lauter tollen Streichen aufgelegt, aber grundanständig und selbstlos wie nur einer. Gott helfe mir, wenn ich daran denke, dass ich ihn so geprügelt habe, weil er die Sahne genascht hatte, und ich hatte doch total vergessen, dass ich sie selber weggegossen hatte, weil sie sauer geworden war. Und nun soll ich ihn in dieser Welt nie wiedersehen, nie, nie, niemals, ach du, Ich hoffe, Tom geht's dort besser, wo er jetzt ist, sagte Sid, aber er hätte auch hier manches besser. Aber Sid, Tom fühlte den strafenden Blick aus den Augen der Tante, wenn er ihn auch nicht sehen konnte. Kein Wort gegen meinen Tom, jetzt, wo er von uns gegangen ist. Gott wird sich seiner schon annehmen, darum brauchst du dich nicht zu sorgen, Monsieur. Ach, liebe Frau Harper, ich weiß wirklich nicht, wie ich darüber hinweg kommen soll, wirklich, ich weiß es nicht, er war mein ganzer Trost, wenn er mir auch manchmal das arme alte Herz weiblich gequält hat. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Aber es ist so hart, ach, so hart, noch letzten Sonnabend ließ mein Joe direkt vor meiner Nase einen Knallfrosch krepieren und ich habe ihn übergelegt. Hätte ich da gedacht, wie bald, ach, wenn's heute noch einmal geschehen könnte, ich würde ihn segnen dafür und an mein Herz drücken. Ja, 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 ich weiß nur zu gut, was Sie empfinden, Frau Harper, nur zu gut, was Sie empfinden. Erst gestern Mittag hat mein Tom den Kater genommen und ihm den Schmerzenmörder in den Hals gegossen, dass ich dachte, das arme Tier würde das Haus umwerfen. Gott mag's mir verzeihen, aber ich hab Tom gehörig mit meinem Fingerhut auf den Kopf geklopft, der arme Junge, der arme tote Junge. Aber jetzt hat er ja alle Qualen hinter sich. Die letzten Worte, die ich von ihm gehört habe, waren Vorwürfe. Die Erinnerung überwältigte die alte Dame mit sich selbst als aus anderen Gründen. Er hörte Mary weinen und dann und wann ein liebesvolles Wort für ihn einflechten, und er bekam allmählich eine höhere Meinung von sich als je zuvor. Trotzdem war er so gerührt vom Kummer seiner Tante, dass er am liebsten unter dem Bett hervorgestürzt wäre und sie mit der Freude des plötzlichen Wiedersehens überschüttet hätte. Die theatralische Größe einer solchen Szene entsprach seiner Natur durchaus, aber er widerstand doch und blieb still liegen. Tom hörte weiter zu und schloss aus diesem und jenem, dass man zuerst geglaubt hatte, die Knaben seien beim Schwimmen ertrunken. Dann aber war das kleine Floß vermisst worden und außerdem hatten mehrere Jungen erzählt, wie die Vermissten ihnen versprochen hätten, dass der Ort bald etwas zu hören bekommen würde. Die ganz Gescheiten hatten sich darauf ihren Vers gemacht und waren zu der Ansicht gekommen, dass die Jungen sich mit dem Floß wahrscheinlich auf und davon gemacht hätten und schon im nächsten Ort flussabwärts wieder auftauchen würden. Aber gegen Mittag wurde das Floß etwa fünf, sechs Meilen jenseits des Städtchens gefunden, wo es gegen das Ufer getrieben war und damit entschwand alle Hoffnung. Sie mussten ertrunken sein, sonst würde sie der Hunger, wenn nicht früher, so doch bei Einbruch der Nacht nach Hause getrieben haben. Man war der Meinung, dass die Suche nach den Leichen schon deshalb vergeblich gewesen sei, weil sie mitten im Strom ertrunken sein mussten, sonst hätten sich die Jungen, die ja doch gute Schwimmer waren, ans Ufer gerettet. Das war am Mittwoch Abend. Falls die Leichen am Sonntag immer noch nicht gefunden sein sollten, wollte man alle Hoffnung aufgeben und noch am gleichen Vormittag die Grabreden und Feierlichkeiten abhalten lassen. Tom schauderte. Frau Harper sagte schluchzend gute Nacht und wandte sich zum Gehen. Der gleiche Herzenstrieb warf die beiden verwaisten Frauen einander in die Arme. Sie weinten sich zu ihrem Troste aus und schieden dann. Tante Pollys gute Nacht zu Sid und Mary war weit zärtlicher als gewöhnlich. Sid schnupfte nur ein ganz klein wenig auf, aber Mary weinte aus vollster Seele, als sie in ihr Zimmer ging. Tante Polly kniete nieder und betete so rührend für Tom, so innig und mit so grenzenloser Liebe in Wort und Stimme ihrer Noch eine ganze Weile, nachdem sie zu Bett war, musste sich Tom still verhalten, denn sie warf sich ruhelos hin und her, stieß von Zeit zu Zeit noch herzzerreißende Klagerufe aus. Endlich kam sie zur Ruhe und stöhnte nur noch leise im Schlaf. Der Junge stahl sich hervor, richtete sich langsam an der Bettkante hoch, beschattete die Kerze mit der Hand und zog seine Ahornschriftrolle heraus und legte sie neben die Kerze. Aber ihm schien ein Gedanke zu kommen und sinnend verweilte er. Sein Gesicht leuchtete wie erlöst auf. Hastig schob er die Rinde wieder in die Tasche, beugte sich über die Tante, drückte ihr einen Kuss auf die welken Lippen und machte sich schnurstracks davon, nicht ohne die Tür hinter sich zu verriegeln. In Windungen ging er seinen Weg zur Landungsstelle des Fährbootes zurück, fand es sich selbst überlassen und begab sich also kühn an Bord, denn er wusste, die Fähre war leer bis auf den Wachtmann, der aber stets in der Kajüte war und wie ein Grabstein schlief. Tom machte das Boot vom Heck los, schlüpfte hinein und ruderte behutsam strom aufwärts. Als er sich etwa eine Meile über den Ort hinaus gearbeitet hatte, fing er an, quer über zu halten und legte sich tüchtig in die Riemen. Er traf die Landungsstelle auf der anderen Seite genau, denn sie war ihm vertraut. Zuerst reizte es ihnen, das Boot zu kapern und er begründete es damit, dass er sich sagte, es sei ein Schiff und mithin rechtmäßige Beute für einen Seeräuber. Aber er wusste sehr wohl, dass man eine gründliche Suche danach anstellen würde, die schließlich zu unliebsamen Enthüllungen führen konnte. Also begab er sich ein Land und ging in den Wald hinein. Er setzte sich nieder, rastete lange und hielt sich nur qualvoll wach. Dann machte er sich aber doch mit aller Vorsicht auf den Rückweg. Die Nacht war schon weit fortgeschritten und als er das Ufer bei der Sandbank erreichte, war es fast heller Tag. Wieder ruhte er sich aus, bis die Sonne höher stand und den Fluss mit ihrem Glanz vergoldete. Dann erst sprang er in den Strom und stand kurz darauf triefend auf der Schwelle des Lagers. Er hörte Joe gerade sagen, nee, Tom ist waschechthack, der kommt wieder, Tom Er hat sicher was auf dem Kieker, wenn ich bloß raus hätte was? Na, das Zeug gehört doch aber nur uns, was? Noch nicht ganz, in dem Schreiben steht, es gehört uns, wenn er bis zum Frühstück nicht zurück ist. Ist er aber, rief Tom, und es war eine prachtvoll dramatische Wirkung, wie er großartig ins Lager trat. Ein üppiges Frühstück, bestehend aus Speck und Fisch war rasch hergerichtet und während sie sich darüber hermachten, gab Tom seine nächtlichen Abenteuer zum Besten und schmückte sie prächtig aus. Als die Erzählung sich ihrem Ende zuneigte, war die ganze Heldenschar von Eitelkeit und Stolz erfüllt. Tom zog sich zurück und schlief in einem schattigen Winkel bis Mittag. Die anderen Seeräuber begaben sich indessen auf Kundschaft. Nach dem Mittagessen zog die ganze Rotte zur Sandbank, auf der Suche nach Schildkröten eiern. Sie stocherten mit Stöcken den Grund ab und ließen sich, sobald sie eine weiche Stelle fanden, sofort auf die Knie nieder und buddelten mit den Händen. Zuweilen holten sie 50, 60 Eier aus einem Loch, ganz kugelrunde weiße Dinge, etwa von der Größe einer Walnuss. Abends hatten sie ein köstliches Festmahl von Spiegeleiern und dasselbe noch einmal am Freitag Morgen. Nach diesem Frühstück tollten und tobten sie auf der Sandbank umher, jagten und fingen einander, ließen ihre Sachen Stück für Stück fallen, bis sie ganz nackt waren und setzten ihr mutwilliges Treiben im Flachwasser fort. Sie warteten lustig weiter gegen den Strom, der ihnen immer wieder die Beine unter dem Leib vorzog, was aber ihr Vergnügen nur noch steigerte. Dann und wann hielten sie inne, bespritzten sich, gingen das Gesicht abgewandt aufeinander los, wichen den Wasserstrahlen aus, packten sich, rangen miteinander, bis der Schwächere untergetaucht war, purzelten übereinander, dass die Arme und Beine verflochten, kamen wieder über Wasser, prusteten, schnappten nach Luft und hatten ihre hellste Freude. Als sie völlig erschöpft waren, liefen sie auf den trockenen, heißen Sand hinauf, streckten sich der Länge nach aus und buddelten sich ein, bis sie wieder Lust aufs Wasser bekamen und das alte Spiel von Neuem begannen. Schließlich kam ihnen der Gedanke, dass ihre nackte Haut doch eigentlich recht gut fleischfarbene Trikots vorstellen konnte. Sofort war ein Kreis in den Sand gezogen und sie hatten einen Zirkus mit drei Clowns, denn keiner von ihnen wollte dem anderen diese herrlichste aller Rollen abtreten. Darauf holten sie ihre Murmeln und spielten das Spiel in allen möglichen Variationen, bis sie auch dessen überdrüssig wurden. Joe und Huck stürzten sich von Neuem ins Wasser. Aber Tom riskierte es nicht, weil er inzwischen entdeckt hatte, dass er beim Ausziehen der Hose auch die Kette aus Klapperschlangen rasseln vom Fußgelenk geschüttelt hatte. Und er wunderte sich eigentlich schon, wie er ohne dies zauberkräftige Amulett so lange hatte ohne Wadenkrampf schwimmen können. Erst als er es glücklich wieder gefunden hatte, traute er sich wieder ins Wasser, aber da waren die anderen beiden bereits müde und ruhebedürftig. Sie wanderten einzeln umher, verfielen in dumpfe Niedergeschlagenheit und starrten sehnsüchtig über den breiten Strom, dorthin, wo das Städtchen schläfrig in der brütenden Sonne lag. Tom ertappte sich dabei, dass er mit der großen Zehe Becky in den Sand schrieb, wischte es wieder weg und ärgerte sich über sich selbst und seine unmännliche Schwäche. Aber nichtsdestoweniger schrieb er das Wort abermals hin, er konnte sich nicht helfen und abermals löschte er es weg. Er entzog sich einer weiteren Versuchung nur dadurch, dass er die anderen wieder zusammenholte und mit ihnen beieinander blieb. Joes Stimmung war mittlerweile in hoffnungslose Tiefe abgesackt. Er hatte Heimweh und wusste kaum, wie er sein Leid ertragen sollte. Die Tränen standen ihm fast in den Augen. Selbst Tuck war melancholisch. Tom war nicht weniger niedergedrückt, gab sich aber alle Mühe, es nicht zu zeigen. Er hegte ein Geheimnis, dass er preiszugeben noch nicht bereit war. Erst wenn sich dieser meuterische Missmut gar nicht anders beheben ließe, wolle er damit herausrücken. Mit gemachter Lustigkeit rief er plötzlich, Wetten, dass hier früher schon mal Seeräuber gewesen sind? Wir müssen noch mal alles absuchen, sicher haben sie irgendwo Schätze versteckt. Was würdet ihr wohl sagen, wenn wir auf so eine verfaulte Kiste mit Gold und Silber stießen, was? Aber er weckte keine sehr starke Begeisterung und die erlosch ohne das Echo einer Antwort. Nun versuchte er es mit anderen Verführungskünsten, aber auch die verfingen nicht. Es war eine entmutigende Arbeit. Joe saß trübselig da und stocherte im Sand herum. Ach Kinder, sagte er schließlich, wisst ihr was, wir geben es auf, ich möchte nach Hause, es ist hier so einsam. Aber nicht doch, Joe, du wirst dich schon bald wieder besser fühlen, entgegnete Tom, denk doch bloß mal ans Fischen hier. Aus dem Fischen mach ich mir gar nichts, ich will nach Hause. Aber Joe, so einen schönen Schwimmplatz gibt's doch wo anders gar nicht. Schwimmen hat gar keinen Sinn, was mach ich mir da schon draus, wenn keiner da ist, der sagt, ich soll nicht ins Wasser, nicht? Ich will eben nach Hause. Ach du Baby, willst du Mutter, was? Na was denn, ich will zu meiner Mutter und du würdest auch wollen, wenn du eine hättest, ich bin genauso ein Baby wie du. Joe schluchzte ein ganz klein wenig. Na lassen wir doch das Heulbibi nach Hause zur Mutter, was Hack? Armes armes Kindchen will zu seiner Mama. Geh nur, geh nur, aber dir gefällt es doch hier Hack nicht? Wir wollen doch bleiben, was? Hack sagte zwar, ja, aber es lag nicht die rechte Überzeugung drin. Mit dir rede ich kein Wort mehr, so lang wie ich lebe, erklärte Joe und stand auf, damit du's weißt. Böse ging er weg und fing an, sich anzuziehen. Von mir aus, sagte Tom, wir brauchen dich nicht, geh nur nach Hause und lass dich auslachen. Bist mir ein schöner Seeräuber. Hack und ich, wir sind nicht so Heulbabys, wir bleiben noch. Was Hack? Lassen wir ihn ruhig laufen, wenn er durchaus will, wir kommen schon ohne ihn aus. Aber nichts desto weniger war es Tom höchst unbehaglich zumute, wie er sah, dass Joe trotzig fortfuhr, sich anzuziehen. Außerdem war es recht ungemütlich für ihn zu beobachten, mit welch tiefer Nachdenklichkeit und welch bedeutungsvollem Stillschweigen Hack Joes Vorbereitungen verfolgte. Ohne ein Wort des Abschieds wartete Joe zum Ufer. Toms Herz sank. Er sah Hack fest ins Gesicht, aber Hack hielt den Blick nicht stand. Ich möchte auch gehen, sagte er. Es ist schon so einsam und nun wird's noch schlimmer. Komm Tom, wir wollen auch gehen. Ich nicht. Geht meinetwegen allesamt, wenn ihr Lust habt. Ich will nun mal bleiben. Tom, ich gehe lieber. Hack fing an, seine sieben Sachen zusammen zu lesen. Tom, begann er von Neuem, ich wünschte, du kämpfst mit, überleg's mal, wir warten auf dich drüben. Da könnt ihr verflucht lange warten, das kann ich dir bloß sagen. Hack trabte traurig davon. Tom stand und sah ihm nach. Ein heftiges Verlangen, seinen Stolz zu überwinden und ebenfalls aufzubrechen, nackte an seinem Herzen. Er hoffte, die Jungen würden wenigstens einmal stehen bleiben, aber sie warteten langsam weiter. Da kämpfte einen letzten Kampf mit seinem Trotz, schoss seinen Kameraden nach und rief, wartet, wartet, ich will euch noch was sagen. Sie blieben stehen und wandten sich um. Als er sie eingeholt hatte, enthüllte er ihnen sein Geheimnis. Sie hörten ihm missmutig zu, bis sie merkten, worauf er hinaus wollte. Dann aber brachen sie in ein begeistertes Beifallsgeheul aus, erklärten die Sache für große Klasse und sagten ihm, dass sie nie losgegangen wären, wenn er ihnen das gleich gesagt hätte. Es gab eine annehmbare Entschuldigung für sein Stillschweigen. Sein wirklicher Grund allerdings war lediglich die Angst gewesen, dass sie auch das Geheimnis nicht allzu lange mehr gefesselt hätte. Deshalb hatte er es als letzte Reserve aufgespart. Die Jungen kehrten vergnügt um und nahmen nach einer köstlichen Mahlzeit wiederum aus Eiern und Fisch bestehend erklärte Tom er wolle jetzt rauchen lernen. Joe war sogleich dabei und sagte er wolle es ebenfalls mal versuchen. Huck also machte die Pfeifen zurecht und stopfte sie. Bisher hatten sie nie etwas anderes geraucht als Zigarren aus Weinblättern die schrecklich auf der Zunge bissen und nicht einmal für männlich galten. Sie lagen auf die Ellbogen gestützt und fingen ohne rechtes Vertrauen zu der Sache an zu puffen. Der Rauch hatte einen unangenehmen Geschmack und sie wirkten ein bisschen. Tom aber erklärte was so leicht ist das wenn ich das gewusst hätte ich längst gelernt ich auch sagte Joe ist gar nichts weiter wie oft hab ich schon Leute rauchen sehen und immer gedacht das müsstest du auch Hab ich es dir nicht schon oft gesagt nicht wahr Hack du kannst es bezeugen Stimmt sagte Hack Na und ich gewiss sagte Tom Mindestens 100 Mal Einmal unten beim Schlachthaus Weißt du noch Hack Bob Tanner war noch dabei und Johnny Miller und Jeff Thatcher Weißt du es nicht mehr Hack Es stimmt sagte Hack Es war den Tag wo ich die weiße Murmel verloren hatte oder am Tag vorher nicht Na was habe ich gesagt sagte Tom Hack weiß es noch Ich glaube ich könnte so eine Pfeife den ganzen Tag rauchen sagte Joe Mir ist nicht ein bisschen schlecht Mir auch nicht sagte Tom Ich könnte den ganzen Tag so rauchen Aber wetten dass Jeff Thatcher es nicht könnte Jeff Thatcher Den würden die ersten drei Züge umschmeißen Lass es ihn mal probieren Dann wird er schon sehen Aber sicher Und Johnny Miller Na den möchte ich auch nicht dabei sehen Ich vielleicht auch nicht Betten dass es Johnny Miller genauso wenig kann wie sonst was Einmal dran riechen und hin ist Aber sicher Was Joe Kinder Ich wollte bloß die Jungs könnten uns jetzt sehen Ich auch Also pass mal auf Wenn sie alle um uns rum sind Dann komme ich ganz zufällig und frag dich rauchen Und dann musst du so ganz nebenbei sagen so als ob gar nix wäre Ja ich hab meine alte pfeife und noch eine andere aber mein Tabak ist nicht besonders Und dann sag ich ach das macht nichts wenn er nur recht kräftig ist Und dann musst du die Pfeifen rausrücken und wir stecken sie uns ganz ruhig an sollst mal sehen wie die gucken Himmel das wird lustig Tom ich wünschte es wäre so weit ich auch und wenn wir ihnen erst sagen wir hätten es gelernt wie wir als Seeräuber weg waren dann wären sie sicher alle gern dabei gewesen und ob wetten so schwatzten sie miteinander und allmählich ließ die Unterhaltung nach und wurde immer unzusammenhängender die Pausen wurden größer das Räuspern und Spucken nahm zu jede Pore im Mund der Jungen schien ein Springbrunnen für sich zu sein sie konnten kaum das Bassin unter der Zunge schnell genug leer machen um eine allgemeine Überschwemmung zu verhindern kleine Springfluten die sich der Kehle Beide Jungen sahen bleich und elend aus Joe sank die Pfeife aus den entkräfteten Händen Tom folgte seinem Beispiel Beide Springbrunnen arbeiteten wie rasend und beide Pumpen schöpften mit aller Macht Joe sagte schwach Ich hab mein Messer verloren Ich will es lieber gleich suchen Tom entgegnete mit bebenden Lippen und konnte kaum mit den Worten zu Rande kommen Ich helfe dir Geh du da lang Ich such bei der Quelle Nein du brauchst nicht mitkommen Hack wir finden es schon allein Hack setzte sich also wieder hin und wartete eine volle Stunde Dann wurde es ihm zu einsam und er machte sich auf die Suche nach den beiden Spielkameraden Er fand sie weit voneinander getrennt im Wald beide sehr blass und beide in tiefstem Schlafe Mancherlei verriet Abend beim Essen waren sie wenig gesprächig sie sahen recht wehmütig aus Als Hack nachher seine Pfeife stopfte und auch die ihrigen zurecht machen wollte erklärten sie Nein sie fühlten sich nicht recht wohl sie müssten etwas zu Mittag gegessen haben was ihnen nicht bekommen wäre Um Mitternacht wachte Joe auf und weckte die anderen Es lag eine brütende Spüle in der Luft die Unheil verkündete Die Jungen drängten sich eng aneinander und rückten in die freundliche Nähe des Feuers obwohl die stumpfe düstere Glut die reglose Luft fast zum ersticken war sie hockten ganz still und warteten gespannt Die unheimliche feierliche Stille hielt an Jenseits des Licht Kreises den das Feuer zog schien alles von der schwarzen Finsternis verschlungen Da zuckte ein flackernder Schein auf beleuchtete für einen Augenblick das Laubwerk und verlosch wieder Nach einem Weilchen kam es wieder schon etwas stärker Dann noch einmal Ein leises Stöhnen ging seufzend durch die Äste der Bäume Die Jungen fühlten einen flüchtigen Hauch über ihre Wangen streichen und erschauerten bei dem Gedanken der Geist der Nacht könnte sie gestreift haben Dann war alles totenstill Aber sogleich wandelte ein auflodern die Nacht zum Tage und ließ sie jedes Grashelmchen zu ihren Füßen deutlich erkennen Drei schreckensbleiche Gesichter zeigten sich Ein schwerer Donner rollte dröhnend über den Himmel und verlor sich in dumpfem Grollen Ein kalter Luftzug fegte vorüber raschelte durch die Blätter und wirbelte die Aschenflocken wie Schnee um die Feuerstätte Und wieder erhellte ein grelles aufleuchten das Gehölz Ein Krachen folgte und schien die Wipfel zu Häupten der Jungen zu zerspalten Voller Angst klammerten sie sich in der tiefen Finsternis fest aneinander Die ersten dicken Regentropfen fielen klatschend auf die Blätter Rasch rasch ins Zelt rief Tom Sie sprangen auf und stolperten im Dunkeln über Baumwurzeln und Schlingreben jeder in eine andere Richtung davon Wütend heulte der Wind durch die Bäume und ließ alles erdröhnen Blitz zuckte auf Blitz und Schlag auf Schlag fiel der betäubende Donner Ein durchdringender Regen schwoll hernieder und es erhob sich ein Wirbelwind der ihnen Wellen über die Erde hin peitschte Die Jungen riefen sich gegenseitig an aber das Heulen des Windes und das Dröhnen des Donners übertönte ihre Stimmen Aber schließlich fand sich doch einer nach dem anderen zum Zelt und suchte Schutz Sie waren halb erfroren und verängstigt und trieften vom Wasser Aber sie waren von Herzen froh dass sie in ihrem Unglück nicht mehr allein zu sein brauchten Reden konnten sie nicht Das alte Segel klatschte zu laut und auch sonst hätte es der Lärm nicht gestattet Der Sturm los und schwang im Wind wie ein großer Flügel davon Da fassten sich die Jungen bei der Hand und flüchteten mit manchem Stolpern und manchem Stoß unter den Schutz einer großen Eiche die am Flussufer stand Die Wetterschlacht hatte ihren Höhepunkt erreicht Im unaufhörlichen Feuer der Blitze die den Himmel entflammten trat hier unten alles in scharf umrissener schattenloser Deutlichkeit hervor Die Bäume die sich bogen der wogende Strom weiß vor Schaum der in Flocken treibende Gischt Die Silhouette der hohen Hänge am anderen Ufer tauchte flüchtig auf unter der jagenden Wolkenmasse und dem schrägen Regenschleier Alle Augenblicke musste sich ein neuer Baumriese im Kampf ergeben und fiel krachend ins Unterholz Die Donnerschläge folgten einander unermüdlich in Ohren betäubenden Explosionen schrill und scharf und unsagbar schauerlich Der Sturm gipfelte in einer Kraftprobe ohne gleichen Die Insel drohte zu bersten in Flammen aufzugehen und bis zu den Wipfeln zu versinken Es schien als sollte jede Kreatur noch betäubt werden ehe sie vom Erdboden hinweg gefegt wurde Es war eine tolle fürchterliche Nacht für so ein paar junge Burschen draußen im Freien Schließlich ging aber doch die Schlacht vorüber und die Streitmächte zogen schwächer und schwächer grollend und knurrend zurück Der Friede übernahm die Herrschaft Die Jungen aber kehrten beträchtlich eingeschüchtert zu ihrem Lager zurück Sie sahen sehr bald ein dass sie dankbar sein mussten Denn der große Ahornbaum der Schutz ihrer Ruhestätte war Wie gut dass sie nicht darunter gestanden hatten als die Katastrophe eintrat Das ganze Lager war völlig durchnässt auch die Feuerstätte Sie waren eben unvorsichtig wie alle Jungen in ihrem Alter und hatten keinerlei Vorkehrungen gegen einen Regen getroffen Das war nun eine peinliche Sache denn sie waren durchnässt und fröstelten Ihr Kummer war berät Sie suchten und fanden schließlich dass sich das Feuer unter dem Baum tief unter den Stamm gefressen hatte und zwar an der Stelle wo er sich etwas hohl vom Erdboden empor wölbte Diese Handbreit hatte es vom Nasswerden bewahrt Sie bearbeiteten es geduldig mit ein paar trockenen Spänen und Borkenstücken die sie unter geschützten Baumklötzen hervorsuchten und brachten es wieder zum Glimmen Dann häuften sie Strauchwerk drauf bis sie einen knisternden Brand hatten Sie waren seelenvergnügt trockneten ihren gekochten Schinken und hielten ein festliches Mahl Dann saßen sie ums Feuer und ergingen sich bis zum Morgen breit und ruhmredig über ihr mitternächtliches Abenteuer denn es gab nirgends ein trockenes Fleckchen wo sie hätten schlafen können Als sich die ersten Sonnenstrahlen über die Jungen hinweg stahlen überfiel sie die Müdigkeit und sie gingen zur Sandbank und legten sich schlafen aber allmählich stach die Sonne doch allzu sehr und sie machten sich einigermaßen missmutig daran ihr Frühstück zu richten die Glieder schienen ihnen wie eingerostet und steif in den Gelenken dazu regte sich wieder das Heimweh Tom merkte die Anzeichen dafür und versuchte so gut er konnte die Seeräuber aufzuheitern allein sie machten sich nichts aus Murmelspiel Zirkus und Schwimmen noch aus sonst etwas erst als er an das bedeutsame Geheimnis mahnte weckte er einen Schimmer von Freude er benutzte ihre Dauer und es gelang ihm sie für einen neuen Plan zu gewinnen sie sollten für ein Weilchen die Seeräuberei lassen und zur Abwechslung Indianer sein dieser Gedanke zog Es dauerte auch nicht lange da hatten sie ihre Kleider ausgezogen sich wie die Zebras von Kopf bis Fuß mit schwarzem Lehm bemalt jeder natürlich als Häuptling und stürzten durch den Wald um eine englische Ansiedlung anzugreifen Mit der Zeit trennten sie sich in drei feindliche Stämme schossen mit furchtbarem Kriegsgeschrei aus dem Hinterhalt aufeinander los und töteten und skalpierten einander zu Tausenden Es war ein blutiger mithin also ein äußerst befriedigender Tag Um die Essenszeit versammelten sie sich im Lager hungrig aber glückstrahlend Aber da entstand eine Schwierigkeit Feindliche Indianer konnten doch unmöglich das Brot der Gastfreundschaft brechen ohne vorher Frieden geschlossen zu haben und das war wieder undenkbar wenn man nicht vorher eine Friedenspfeife rauchte Einen anderen Weg Wilden wünschten von Herzen Seeräuber geblieben zu sein aber da es nun einmal der einzige Weg war verlangten sie mit aller Lustigkeit die sie aufbringen konnten nach der Pfeife und pafften als sie ihnen gereicht wurde pflichtschuldigst ihre Züge Und siehe da sie waren nicht umsonst in die Wildnis gezogen etwas hatten sie wenigstens dabei gelernt zu ihrer Freude erkannten sie dass sie jetzt das Rauchen schon besser vertrugen und nicht mehr nach verlorenen Messern zu suchen brauchten es wurde ihnen nicht mehr schlecht ja nicht einmal mehr unbehaglich dabei da sie diese vielversprechende Aussicht nicht leichtsinnig ohne weiteren Versuch vorüber gehen lassen wollten probierten sie vorsichtig nach dem Abendbrot die Sache noch einmal und wiederum mit recht gutem Erfolg sie brachten den Abend höchst vergnügt zu und waren in ihrer neuen Kunst stolzer und glücklicher als wenn sie ein halbes Dutzend Stämme skalpiert und gemartert hätten lassen wir sie also rauchen schwatzen und renommieren für ein Weilchen bedürfen wir ihrer nicht es herrschte nicht gerade die heiterste Stimmung in dem kleinen Städtchen an jenem stillen Sonnabend Nachmittag die Harpers und Tante Polly mit ihren Angehörigen legten in großer Betrübnis und unter vielen Tränen Trauerkleider an eine ungewöhnliche Ruhe hatte sich des Ortes den man auch sonst nicht gerade mit gutem Gewissen hätte unruhig nennen können bemächtigt die Einwohner erledigten ihre Geschäfte mit einer gewissen Zerstreutheit sprachen wenig und seufzten desto öfter der freie Sonnabend Nachmittag war diesmal für die Kinder eine Last niemand war mit vollem Herzen beim Spiel und man ließ es bald ganz nachmittags strich Becky Thatcher trübselig und schweren Herzens im einsamen Schulhof umher und fand doch nichts was sie hätte trösten können sie hielt nur seinen Messing Knopf wieder hätte nun habe ich gar nichts was mich an ihn erinnert und sie schluckte einen leisen Seufzer herunter dann blieb sie stehen und sagte weiter zu sich selbst hier gerade hier ist es gewesen wenn es doch noch einmal wieder käme ich würde kein Wort sagen um alles in der Welt nicht ein einziges Wort aber nun ist er dahin gegangen und ich werde ihn nie nie wieder sehen bei diesem Gedanken brach sie zusammen und die dicken Tränen liefen ihr die Backen herunter als sie weiter ging ein ganzes Rudel Knaben und Mädchen lauter Spielgefährten von Tom und Joe kamen und blieben am Zaun stehen guckten herüber und sprachen in ehrfürchtiger Scheu von Tom wie er dies und jenes getan als sie ihn zum letzten Mal gesehen hatten und wie Joe diese alle genau eingetroffen waren jeder Sprecher wusste noch genau die Stelle wo die verschollenen Knaben in dem betreffenden Augenblick gestanden hatten dann hieß es immer und ich stand genau da wo ich jetzt stehe und er lachte genau so wie du jetzt und irgendetwas kam über mich ganz was schreckliches weißt du und ich hab doch nicht wissen können was es bedeutet aber jetzt weiß ich es es entstand ein Streit darüber wer die Toten zuletzt lebend gesehen hatte viele erhoben Anspruch auf diese traurige Auszeichnung und brachten Beweise bei die mehr oder weniger von Zeugen bekräftigt wurden als endlich einwandfrei festgestellt war wer tatsächlich die Verstorbenen zuletzt gesehen und die letzten Worte mit ihnen gewechselt hatte fühlten die Glücklichen eine Art heiliger Bedeutung auf sich ruhen und wurden von den anderen angestaunt und beneidet ein armer Kerl der nichts anderes zu seinem Ruhm anzuführen wusste sagte mit sichtlichem Stolz der Erinnerung ja mich hat Tom Sawyer einmal verhauen aber dieser Anspruch auf Ruhm war mangelhaft denn die meisten konnten von sich dasselbe sagen was natürlich die Auszeichnung bedeutend in ihrem Wert herabsetzte die ganze Gesellschaft schlenderte weiter und rief in ehrfurchtsvollen Worten neue Erinnerungen Sonntagsschule zu Ende war läuteten die Glocken statt wie sonst nur die Stunde zu schlagen es war ein recht stiller Sonntag und die Trauerstimmung schien im Einklang zu sein mit dem versonnenen Schweigen das über der ganzen Natur lag die Leute sammelten sich standen in der Vorhalle herum und sprachen noch jeder einen Augenblick im Flüsterton von dem traurigen Ereignis im Gotteshaus nachher auf ihre Plätze begaben und störten das Schweigen solange man sich erinnern konnte war die Kirche nicht so voll gewesen eine Pause des Wartens trat ein eine dumpfe Gespanntheit und dann erschien Tante Polly von Sid und Mary gefolgt und hinter ihnen kamen die Harpers alle in tiefem Schwarz die ganze Gemeinde auch der alte Pastor erhob sich ehrfurchtsvoll und blieb stehen bis die Erneutes Schweigen senkte sich über die Gemeinde nur dann und wann unterbrochen von unterdrücktem Schluchzen Der Geistliche hob segnend die Hände zum Gebet Ein rührsamer Choral wurde gesungen und es folgte die Predigt nach dem Bibelwort Ich bin die Auferstehung und das Leben Der Pastor entwarf ein so schönes Gemälde von den Tugenden dem gewinnenden Wesen und der vielversprechenden Zukunft der dahingeschiedenen Knaben dass jede Seele die Vorbilder leibhaftig vor sich zu sehen meinte und Gewissensbisse fühlte in dem Gedanken daran wie man ihnen einst so blind hatte gegenüberstehen und hartnäckig nichts als Fehler und Mängel bei den armen Jungen hätte entdecken können Der Pfarrer wusste auch so manch rührende Begebenheit aus dem Leben der Verblichenen zu berichten die ihre lebenswerten edelmütigen Naturen erst ins rechte Licht setzten die Leute erkannten nun erst wie schön und wie gut all diese Handlungen gewesen waren und dachten voll Kummer daran dass man sie zur Zeit als sie sich zutrugen als böseste Bubenstücke betrachtet hatte die der Peitsche wert waren die Gemeinde wurde gerührter und gerührter je weiter die gefühlvolle Schilderung fortschritt beschließlich alle im Chor in das gequälte Schluchzen der Leidtragenden einstimmten auch der Pastor ließ seinen Empfindungen freien Lauf und weinte auf seiner Kanzel auf der Galerie gab es ein Rascheln auf das aber niemand achtete einen Augenblick später kreischte die Kirchentür der Geistliche erhob seine Tränen überströmten Augen vom Taschentuch und stand wie gebannt ein Augenpaar nach dem anderen folgte seinem Blick und wie in einer Eingebung erhob sich wie auf einen Schlag die ganze Gemeinde und starrte die drei toten Knaben an die quer durch das Mittelschiff marschiert kamen Tom voran Joe hinter ihm hackschlich eine wahre Lumpen Ruine wie ein Schaf hinterher sie hatten eigenen Leichenrede gelauscht Tante Polly Mary und die Harpers stürzten sich über ihre einzigen die ihnen zurückgegeben waren erstickten sie fast unter ihren Küssen und flossen über vor Dankbarkeit Der arme Hack stand verlegen und voller Verzweiflung daneben und wusste nicht was er tun und wie er sich vor so vielen unwillkommenen Blicken verbergen sollte Er war drauf und dran sich vorzustehlen als Tom ihn zurückhielt und sagte Tante Polly das ist aber nicht recht irgendwer muss sich auch freuen Hack wieder zu sehen recht hast du wirklich ich freue mich ihn zu sehen den armen mutterlosen jungen die zärtlichkeitsbeweise die Tante Polly nun an ihn verschwendete genügten schon allein ihn sich noch unbehaglicher fühlen zu lassen als zuvor da rief der geistliche unvermittelt so laut er konnte Ehre sei Gott in der Höhe der allen Segen spendet singt singt aus vollem Herzen und man sang der alte Dreischock ließ seine Stimme zum Triumphgesang schwellen dass sich die Balken bogen Tom der und konnte sich in tiefster Seele gestehen dass dies der stolzeste Augenblick seines Lebens war als die genasführte Gemeinde aus der Kirche strömte hieß es ganz allgemein man würde sich gern noch einmal zum Kindersport machen lassen nur um den alten Dreischock wieder so singen zu hören Tom bekam an diesem Tag mehr Püffe und Küsse je nach der wechselnden Stimmung Tante Pollys als sonst in einem ganzen Jahr aber er wurde sich nicht recht klar darüber was von den beiden die größere Dankbarkeit gegen Gott und die größere Liebe zu ihm ausdrücken sollte